Hi, ich bin's, Chief Avalon. Hier auf YouTube veröffentliche ich vor allem lustige Clips über Gaming-Fails, aber auch Tricks, Klein-Ava-Clips und Zuschauer-Witze. Vielleicht kennst du mich von TikTok. Ich bin der Erfinder vom Shelly-Meme. Oh mein Gott, da ist ne Shelly im Busch. Shelly, nein! Und viele andere lustige Memes. Mein Humor und der meiner Community ist berüchtigt. Meine Lieblingsgames sind Fortnite und Brawl Stars. Auf meinem Kanal will ich mit meiner Community vor allem Spass haben und chillen. Das geht natürlich nicht ohne dich. Falls du nichts verpassen möchtest, falls du dabei sein möchtest, drück gern auf Abonnieren. Es lohnt sich und ich freue mich, wenn ich dich in meinen Videokommentaren finde. Bis dann.